Ja, willkommen bei The Investigator. Was geht ab? Ja, es ist wieder mal ein neues Video. Das Knacksen, yo. Das Knacksen fängt ja wieder gut an. Wie geht's euch? Wie steht's? The Investigator ist wie üblich ein Horrorspiel. Kostenfrei ist in der Demo, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mal gespannt. Es soll sehr gut sein. Ja, wie alle anderen auch. Und wir gucken uns einfach mal an, wie das Spiel ist. Habt viel Spaß. Let's go. Let's go. Ich bin mal gespannt. Wie sonst immer auch. Yo. Okay, das ist... Also englisch ist es auf jeden Fall. Okay. Okay, wir müssen jemanden suchen. Es ist gefährlich, dort zu sein. Eine hohe... Boah, was war das denn? Es ist auf jeden Fall radioaktiv anscheinend. Radioaktive... ...Strahlung herrscht anscheinend dort. Vor zehn Jahren ist wohl irgendeine Atombombe oder ein Kernkraftwerk da explodiert. Gottverdammt. Okay, fängt der gut an, ne? Fängt der wirklich sehr, sehr gut an. Ah ja, für die Leute, es ist mit der Unity-Engine entwickelt. Ja, okay, alles klar. Wir sind angekommen. Die Frage ist nur, wo? Oh, die Töne sind schon mal geil. Okay. Oh, geil. Licht kann man an- und ausmachen. Ah. Kleine Nebenruckler, aber das ist normal bei solchen Spielen. Oh, Alter, das ist aber nicht ausgereift, das Game. Seems like the gate is locked. I need to find another way. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Ich wette mit euch... ...irgendwo hier... Oh, der Regen ist ein bisschen geil gemacht. So mit der Taschenlampe. War ja sowieso klar, dass man hier irgendwo... ...press E to crawl runter. Okay. Dass man irgendwo am Rand... ...den Weg findet. Yo, what the fuck? Yo, what the fuck? Uh... ... 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 Und jetzt? Weißt du es mal? Enable Crush. Press E to interact. Aber was kann man denn jetzt machen? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, wir brauchen irgendwelche Sachen hier. Pick up. Kann man die Kerze auch nehmen? Nein, natürlich nicht. Ist klar. Warum auch? Aha. Und jetzt? Ah. Aber wir haben unsere Taschenlampe nicht. Kann man die rennen? Warte. Ich weiß es nicht. Doch ein bisschen, glaube ich. Storage. Okay, blockiert von der anderen Seite. Weinkeller. Oh shit! Oh Gott, fuck! Was zur... Was zur fucking Hölle? Okay, wir können da nicht durch. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, okay. Die Töne sind schon sehr, sehr nice gemacht. Oh, die Taschenlampe! Batterien? Yo! Es gibt Gott, verdammte Batterien. Wie sonst auch. Oh man, another investigator came to search for the girl. I hope it's the last. He tried to sneak it, but it caught him and he's being held in a cell. I noted something about him. His force is almost a powerful elder girl. It could be useful, so don't touch him. Gut, alles klar. Ja, alles klar. Alles klar, Mann. Oh mein Gott, Alter. Kann man sich hier verstecken oder so? Patsache, man kann sich verstecken. Nein! Äh, ich hab gefettfingert. Ich wollte eigentlich die Nachricht hier lesen. Okay. The tools in the house are flying apart. We only had one screwdriver left and it broke while I was preparing a pig for you-know-who. I tried talking to the ladder, but he won't allow us to push as new ones while we have the girl here. We can't prepare the girl without new tools, so I don't know what to do about this. I left the handle for the screwdriver in one of the drawers. Oh mein Gott, Alter. Alles klar. Oh, da liegt was. What the fuck? What the fuck? Yo, 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 yo! Kick rein! Batterie. Oh mein Gott, ich hab für eine Sekunde gedacht, das wäre ein Gesicht da vorne. Oder ist das ein Gesicht? Na, warte, warte, warte. Ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Äh. Für. Ah, Fridge. Für Fridge. FR-Key für Fridge. Yo. Wir müssen wieder zurück. Zu Fridge. Ah, das ist doch kein Gesicht. Oh, ich dachte, das wäre ein Gesicht. Okay. Batterien? Batterien sind immer gut. Okay, wir müssen das Ding ersetzen. Das Ding müssen wir ersetzen, aber dafür bräuchten wir erstmal... Okay, wir müssen tatsächlich dahin. Zum Gefrier-Dingsbums. Äh, da war doch aber einer drin. Können wir da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Egal, wir gehen jetzt mal hier durch. Oh, shit, 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 shit. Was ist das hier, Alter? Yo, what the fuck? Okay, wir können uns da verstecken. Wir müssen da... Halt, Small, wir müssen da durch? Oder geht das nicht? Nee, es geht nicht. Nee, man kann da nicht durch. Okay. Okay, dann gucken wir mal kurz hier oben. Ah, aha. Ah, wir müssen erst die Energie wiederherstellen und dann können wir die Keycard da oben einsetzen. Jetzt ist aber die Frage... Okay, hier ist ein Generator. Das Kabel geht da lang. Batterien, sehr gut. Wir müssen uns auf jeden Fall richtig umgucken. Weil sonst... Könnte es durchaus sein, dass wir irgendetwas übersehen. Press E to open the gate. Warte. Need something to unscrew the lid. Okay, wir brauchen... Ah, zum Schwein. Am... Oder? Nee. Ähm... Ah, scheiße, wir sind falsch gelaufen. Beim Schwein war doch... Oh Gott, ich dachte, da steht jemand. War doch irgendetwas? Hier, das Ding. So, jetzt. Was war das? Das war eine verfickte Ratte? Verpiss dich. Okay, das müsste eigentlich... Müsste das gehen. Nee, was haben wir denn hier? Screwdriver hat. Only the hat of the... Screwdriver handle is missing. Can be joined with another item. Okay, das ist es nicht. Alles klar. Okay, wir gehen mal... Wir gehen mal ganz kurz hier hin. Vielleicht... Vielleicht können wir hier irgendwas... Hä, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Handle is missing. Can be joined with another item. Ah! Ah! Jetzt, 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 jetzt. Jetzt haben wir sozusagen ein Schraubenzieher. Hey, wo ist der Raumtier? Hier. So. Jetzt. So. Und jetzt gehen wir die Energie wiederherstellen. Aber das ist mir, ehrlich gesagt... ein bisschen zu ruhig, Mann. So, jetzt. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay, wir müssen... In jedem Raum gibt es anscheinend einen Hinweis. Na, super. Okay. Raum eins ist Kreis mit einem Tee. Raum eins ist Kreis mit einem Tee. Da. Gut. Raum zwei ist da, wo das Schwein ist. Raum zwei ist da... Ey, hallo? Da, wo der Raum mit dem Schwein ist. Oh Gott, bitte nicht. Alter, bitte nicht. Okay, und irgendwo muss hier ein Hinweis sein. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Hier war der. Hier. Eine Pyramide. Zwei Pyramiden. Okay. Haben wir noch Batterien? Scheiße, wir haben keine Batterien, Alter. Zwei Pyramiden. Die zwei Pyramiden. Zwei... Wie ist das jetzt? Was ist denn jetzt los? Sagt nicht, wir haben es geschafft. Einfach so. Scheiße, wir haben keine Batterien mehr. Ja, dann. Okay, das war wirklich so was von... Glück. Das war wirklich... Glück. Hatten wir aber... übelst Glück gehabt. Oh mein Gott, okay, alles klar. Oh mein Gott, Alter. Okay. Okay, da können wir uns verstecken. Es zieht. Es ist auf jeden Fall verlassen. Aber wir sind definitiv nicht alleine. Definitiv nicht. Das steht schon mal fest. Irgendwer hat uns umgenockt und ins Haus reingesteckt. Unten in... Okay, wir können uns da auch verstecken. Wir gucken uns kurz um. Toilette. 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 Sieht aber nicht so sauber aus hier. Okay, was ist hier? Ich glaube, von da sind wir gekommen, oder? Ja. Okay, wir gehen mal kurz hier lang. Alter, ich habe... Ich habe die Befürchtung. Irgendetwas passiert gleich. Batterien? Sehr gut. Batterien ist immer... Immer gut. Immer und immer gut. Das Haus scheint irgendwie... Irgendwo beschädigt zu sein, dass der Wind solche Geräusche macht. Oh, Batterien. Alter, wie viel? Wir können keine Batterien mehr tragen. Okay. Alter, was ist das hier für ein Haus? Geht nicht, wir können keine Batterien aufheben. Okay, wir waren jetzt... Tatsächlich... Überall. Oh mein Gott! Fuck! Fick mich! Oh, Schiit! What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Gehren! Oh, Schiit! Holy shit! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg! Geh weg! Der hat einen Schlüssel! Ich habe es gesehen, der hat einen Schlüssel. Ich habe es gesehen, er hat einen Schlüssel. Oh Gott! Hätte ich dieses Detail nicht gesehen, dann wüsste ich nicht, wie wir da rausgekommen wären. Oder rauskommen sollten. Er geht auf Licht? Ah, Gott, ja, ich provoziere den nicht. Okay. Okay. Okay, okay. Geh raus, geh raus. 1, 2, 3, let's go! Oh, Schiit! Yo, what the fuck? Der kommt! Schiit, 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 schiit! Da hinten ist er. Wir müssen irgendwie hinter ihm. Wir können nicht rennen. Man kann einfach nicht rennen. Wir müssen irgendwie... Irgendwie müssen wir ihm den Schlüssel klauen. Ja, wir müssen ihm den Schlüssel klauen. Wir müssen irgendwie hinter ihm. Wo ist der? Wer ist da hinten? Wir müssen irgendwie hinter ihm. Läuft... Kann das sein, dass er im Kreis läuft? Da, 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 da ist er. Der kommt, der kommt, der kommt, aber ich weiß nicht von wo. Ja, wir müssen erhit. Oh, oh. Shit, 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 shit. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Wie sollen wir denn... Wie sollen wir denn überwältigen? Okay, man kann springen. Shit, 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 shit. Shit, wo lang? So, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir kurz warten. Oh Gott, Alter. Ey, ja, natürlich kommt er hier. Oh mein Gott, wir sind sowas von tot, Mann. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Jetzt. Geh. Jawohl, wir haben die Schlüssel. Gott, verdammt. Nein, 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 wo lang, wo lang? Da lang, da lang, da lang, da lang, da, geh, 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 oh mein Gott. Oh Gott, das war ein kurzes Game, aber gut. Thanks for playing the demo, press any key to exit. Es war gut, es war wirklich sehr, sehr geil. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht, war ein gutes, kleines Game. Aber so sind halt die Demos, ne? Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, trotzdem, sehr interessant, der Investigator. Mal gucken, wie das komplette Spiel wird. Also, bis zum nächsten Mal, kuss, kuss, kuss.